Musik 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 Das ist eine große Herausforderung. Eine Schweißgenehmigung, die muss vor dem Schweißen oder vor dem Brennen ausgefüllt werden. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. 1960 zu 93. Das ist ja Wahnsinn, dass man hier mitmachen kann. Man kann keine Leiter nehmen, die mit Rad zusammengebunden ist. Das geht ja nicht. Das ist eine große Herausforderung. Nein, das wird so ohne weiteres nicht werden. Nur mit Nummern geht das alleine nicht. Das kriegen die nie in Betrieb, glaube ich. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020